Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends. Ja, ich bin's mal wieder, der Scully mit einer Runde LOL. Ja, das kennt man, Standard. Und eigentlich wollte ich in die Mitte, aber hier unsere liebe Lux, die hat gemeint, Nö, nö, Scully, du, Anus, Bratze, ich will unbedingt in die Mitte, da hab ich gemeint, gut. Ja, kann ich jetzt leider nicht ändern, dann gehe ich eben Top. Ja, jetzt gehe ich mal als Six auf Top. Und wir spielen gegen Malta, Trash, Fiora, Xyn und Irelia. Oh Gott. Oh Gott, das kann ja was werden. Recht, naja. AD, AD, Support, AP, AP. AD, 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 Support, AP. Ja, das könnte übel werden. Könnte. Wir haben keinen Jungler. Jetzt warten wir noch auf Malz. Das könnte übel werden, meine Freunde. Könnte übel werden. Aber naja. Ich freu' mir. Endlich mal wieder ne Runde LOL. Schon so lange nicht mehr gespielt hier. Auf dem Kanal. Privat natürlich schon, aber hier so nicht. So, das ist mein, äh, zweites Mal mit Six. Ich hab mir eben einen kleinen Guide zu dem angelesen, ja. Und, ähm, ja, mal sehen, wie's läuft. Ihr könnt gespannt sein. Wenn ich feile, dann werdet ihr das nie sehen. Dieses Video. Das sieht schon geil aus, so ein Malz. Ach, kommt schon. Worauf wartet ihr denn? Geht doch. So, wir fangen an mit Schuhen. Und zwei davon und einem davon. So, dann geh' ich mal auf Top. Ach ja. Ich kann mal hier die Sounds einstellen. So. Vielleicht hört man's jetzt. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ja, ich spiel' auf Deutsch. Okay, wartet, ähm. Ich mach' die trotzdem mal ein bisschen leiser hier, ne. Die Effekte. Und das. Ich hab' das Gefühl, es ist immer noch zu laut. Ah, zur Not spiel' ich einfach Musik unter oder so. Ich lass' das mal so. Ja, wie gesagt, zweites Mal Six. Ich hoffe, ihr übertriebenen, ähm, Suchtiges, die ihr das gerade schaut. Ja. Man weiß hier, wenn ich meine, Code-Lenker und so, ne. Rätet mich nicht zu haten. Was macht sie da? Zockt oder was? Slash-D. Mh, wir haben wahrscheinlich... Keine Ahnung, wen auf Top. Falls ihr auch LoL spielt, fragt's in die Kommentare. Naja, bei uns geht noch nix. Wir warten auf die Minions. So, jetzt geht's los. Wer LoL nicht kennt, die Minions laufen immer auf einer Bahn hier lang. Und... Man muss versuchen, ein paar Last-Hits zu machen. Ungefähr so. Und wir haben Trash oben. Echt? Okay, warum? Warum nicht? Ja, und ich kann so lustige Bomben werfen. Ui. Naja, ich muss ja keine Last-Hits machen. Das ist ja mehr so, hier der, der, der... Attack-Damage-Typi, ne. Akali ist ja dafür zuständig, hier mit normalem Schaden. Bisschen Einsreizen. Aber so ein paar wären ja dann doch nicht schlecht, ne. So. Drölf oder so. Erstes Blut. Auf Englisch heißt es ja First Blood. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht mehr, was der kann, der, der Trash. Oh, lass mir doch wenigstens ein paar Last-Hits, man. Ich kann ja nichts machen. Oh, Mann. Es ist furchtbar. Naja. Egal. Outschie. What the fuck? Gehen Sie, mein Herr. Gehen Sie. Ah. Ich musste schon meinen ersten Trank hier aufwarten. Immerhin habe ich noch einen Asset bekommen. Das reizt es dann noch wieder raus, so ein bisschen. Ja, wie gesagt. Erstes Mal Six. Oh, du dumme Hure, ey. Trash hat keine, ähm, Dings mehr. Geräte. Mana mehr, natürlich. Ha. Oh, ich hasse es. Immer diese Mana-Probleme. Gehen Sie wurde getötet. Teilweise. Boah, du bist so ein Hurensohn, ey. Wer heißt schon Müll? Ich meine, Trash, hallo? Okay, der war schlecht. Entschuldigung. Schlechter wird's am Rande. Ah, du Futter, ey. Ah. Ja, also, wie gesagt, mein Kuh macht so ne, so ne, so ne, äh, ne? Bombe. Und, ouch, ouch. Und mein, mein W macht so ne, so ne Sprengmine, dass die Gegner irgendwie hochschmeißt oder so. Und mein E macht so ein Bombenfeld, dass die Gegner verlangsamt, wenn sie in ne Bombe treten. Ja. Das war sehr gut. Auch hier wieder sehr gut gespielt, so wie immer. Ein Gegner wurde getötet. Ist noch meine Akali da? Man weiß es nicht. Man sage ihr, sie soll es lassen. Doch sie hört es nicht. Timo, lass mich dir etwas sagen. Hat die Ireda gerade geschrieben. Oh, yo, gönn dir. Das passiert, wenn man nicht wardet. Was? Irgendwas mit Arsch. Jawohl. Das ist mein Ult. Und der verpisst sich. Oder die. Weiß ja nicht, ob es ne Spielerin oder ein Spielär ist. Ich bleib mal hier ein bisschen stehen. Wegen Erfahrungen zu tun. Ho, das war knapp. Halas jetzt noch machen. Dies, das kennt man ja. Standard. Ach, ja. Wo ist die Bappe hin? Na, oba. Oh, das war ein Leck gerade. In der Richtung. Sorry, aber ich wollte ihn so ein bisschen zu uns locken. Hat nicht so gut geklappt. Ich kenne mich mit der nicht so gut aus. Ich kenne mich mit der nicht so gut aus. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich kenne mich mit dem. Nur noch Schuhe. Der Trash geht zurück. Warum steht die da? Man weiß es nicht. Connection Error. Vielleicht. Ich bin schon unterwegs. Ein Gegner wurde getötet. Komm schon, los, los! Nein, ich hab keine Mana mehr. Fuck. Oh, fuck. Okay, ich muss mal weggehen hier. Das hat ja so keinen Sinn. Kann ich mir hier das kaufen? Die Schuhe. Noch nicht. So. Was? Wurde Akali gerade getötet? Nee, okay. Gut. Ein Gegner wurde getötet. Blut rausch. Okay. Okay. Er sammelt also Seelen und, äh, kriegt dann... irgend sowas. ... 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 einiges. Aha, okay. Ja, okay. Das war vorauszusehen. Ja, komm. Das war vorauszusehen. Und schwach. Egal, ein Kill, ein Death. Geht schon. Was hat er hier? Xensau hat ein Kill, zwei Deaths. Na ja. Ich habe jetzt ein paar Wards gekauft, hier. Okay. Da kann ich schon ein Kill? Nö. Okay, das war ich eigentlich nicht, aber egal. Da schmalz. Und unser Trash. Akali rockt auf Top, also muss ich mir da schon mal keine Sorgen machen. Ähm, was habe ich auf mir? Was soll das? Geh weg. Hier, der ist ganz schön aggressiv. Vier, ne? Soll er mal lassen. Ah, nice. Ah, tut mir leid, da konnte ich nichts machen. Habe ich meine Ulti drauf gemacht, wäre das nur ein Waste. Ich mache noch nicht genug Damage. Oh, dieser Dot, ey. Ah. Der müsste die mal caigen. Also die Lux kann so ein Licht Gedöns machen. Dass sie die Gegner festhält. Das sollte sie mal machen. Dann kann ich auch meine Ultima machen. Oh. Oh, die sind alle so low, ey. Scheiße. Ich würde so gerne drauf gehen. Ich kann nicht. Ich bin doch zu low. Da, hol sie dir. Ja, genau so. Ah, den kriegt die. Oder auch nicht. Und ich sterbe jetzt. Schön. Ja, so wollen wir das sehen. Das macht Spaß. Das ist schön. So will jeder das sehen. Ähm. Spare ich noch? Ich spare, glaube ich. Ja. Ja, gut, dass ich hier ein Wort gesetzt habe. Das fährt jetzt tot. Aber Trash ist auch tot. Äh, der sollte mal hier sich zurückziehen. So in der Richtung. Tut mir leid, Jungs und Mädels. Eher Jungs. Tut mir leid. Ich weiß. Ihr seid besseres gewohnt. Und was sollte das jetzt? Oh, das war für ihr. Oh, Trash. Pass. Nie. Oh, ja, natürlich. Kommt doch noch 10.000 Leute her. Ach, was. Nee, oder? Die haut ab. Warum macht sie das denn? Ah, scheiße. Oh, Mann. Nein. Diese Hure. Und keine Sau ist da. Die hängen alle hier in der Mitte, ihr Ficker, ey. Ich warde hier voll schön, dass ihr seht, dass sie runterkommen. Und ihr lasst mich gegen Irelia sterben. Was willst du denn machen, hä? Ach so. Ach so. Geht der auf HD oder was? Ja, geht der andere auch auf HD? Keine Ahnung. Mit neuen Items kenne ich mich nicht so gut aus. Wo ist die Bombe her? Ach ja, gehen wir. Oh, das Malz, da geh ich mal hinterher. Ja. Der wird wahrscheinlich auch sterben, bevor ich eintreffe. Ja. Ach ja. Ah, nein, ich wollte hier hoch. Hat eine Einstreichholtz? Ungeduldig, ich bin nicht ungeduldig. So, dann klatschen wir mal hier den Tower weg. Lassen wir's krachen. Euer Team hat einen Turm zerstört. Euer Team hat einen Turm zerstört. Das sieht nicht sicher aus. So. Keine Sorge. Ich übernehme das. Wow. Komm, komm, los, los. Oh, dieses Kack-Item, ey. Ungeduldig, ich bin nicht ungeduldig. Oh, schön gesteilt. Also, ich den Minion. Da kommt Sin. Die alte Socke. Sin, die alte Socke. Ach, komm. Als es viel Spaß macht. Ha. Geh weg. Nein, 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 nein. Ja. Sieben Leben. Ja. Ha, ha. Wer ist der Boss, hä? Wer? Wer hat den Burst gegeben, hä? Hä? Oh, wie gut, ey. Oh, fett. Jetzt kommt so ein Ash-Pfeil oder eine Kratos-Ulti. Oder Gangplang. Das wär, das wär fett. Das wär lustig. Da würd ich lachen und weinen. Aber mehr lachen. Ähm. Ja. Nö. Ja. Also das war jetzt Still Survive. Lündras Qualen. Kack-Item. Ah, ja. Dann war's das mit der Runde von League of Legends, die aufgegeben hat. haben. Tut mir leid. Bis dahin und tschö.